Was tun Sie, um gesund zu leben? Ja, im Augenblick habe ich ein bisschen gesündigt, weil ich Bandscheibenprobleme hatte und da konnte ich nicht so viel Sport machen. Ja, ich denke positiv. Ich arbeite viel, gebe mein Wissen weiter als Professor. Ich bin ein lustvoller Mensch, ich trinke gern Wein, ich esse. Normalerweise auch Sport, aber das klappt im Augenblick nicht so. Das wird wieder gut werden und ich fliege morgen wieder in die Sonne und freue mich dann auch. Wie leben Sie da? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin ja nur ein paar Monate da und diese paar Monate sind für mich wichtig, weil dort sind alles entspannte Menschen. Ich kann an meinem Hobby nachgehen, golfen, aber ich kann auch nachdenken. Ich wohne da schön, da habe ich das ganze Leben für gespart. Und wenn ich frieren will, komme ich halt nach Berlin. Heute Morgen dachte ich, ich spinne, 4 Grad oder was. So viele Unterhosen habe ich gar nicht dabei gehabt, wie kalt das war. Nein, aber ich horre schon manchmal ein bisschen rein und ein bisschen Eitelkeit habe ich noch. Und deswegen, jetzt ist mal wieder Diät angesagt für die nächsten vier Wochen.